Hallo ihr Lieben, hier ist Christian, Hatteroffer-Options-Coach an vielen Stellen Deutschlands und in Timbuktu. Wir sind ein bisschen geschwächt heute, deswegen, falls ich einen Umarfalle oder so, ich frage mich auch gerade, ob ich so lange in den Arm halten kann, Schatz. Wir sind gerade hier auf Zuckerentzug. Nicht nur das, Zucker und Kohlenhydrat und Fettentzug. Ah, nicht alles Entzug. Ja, okay, aber wir haben wieder noch, ihr habt so viel geschrieben, wir machen nochmal ein Übersetzungsvideo, haben wir gedacht, ja, was haben wir denn Lustiges. Genau, ich habe jetzt einfach mal so ganz grob mal ein paar Sachen rausgepickt, die wir hoffentlich noch nicht hatten. Also das Erste, es ist doch nur wichtig, dass man im Moment glücklich ist. Ah, okay. Ja, das sind so diese Sachen, die ja eigentlich stimmen. Also würde ich sagen, jetzt absolut richtig. Nur, was macht man, wenn man eben nicht glücklich ist im Moment? Dann ist man eben nicht glücklich. Und man kann sich ja nicht, also das ist manchmal, glaube ich, was in toxischen Beziehungen passiert, dass man sich so in Sachen reinredet. Also man denkt, das wäre eine gute Beziehung. Man denkt irgendwie, also man denkt sozusagen Gefühle, aber man fühlt sie eigentlich nicht wirklich. Wenn man sie wirklich fühlen würde, würde man sich halt nicht feststellen, tut man nicht gut. Täter-Opfer-Beziehungen hatte ich schon, kenne ich schon, will ich nicht mehr. Also an sich ist es jetzt, also würde ich sagen, ist völlig richtig. Aber wenn es so gemeint ist, als du sollst nicht ansprechen, du sollst deine Standards nicht ansprechen, du sollst gefälligst die Klappe halten, dann ist es natürlich manipulativ. Dann wäre es zu übersetzen, halt die Fresse, ich will jetzt noch weiter machen. Ich musste gerade schon den Arm wechseln. Du bist so kompliziert. Ja, das ist so eine, Ach Gott, ja, das ist die Variante von, da gibt es so mehrere von, lass uns Leichtigkeit leben, du bist so kompliziert. Was war noch? Warten wir schon mal so eins. Na egal, auf jeden Fall. Ach ja, du bist so sensibel. Genau, das ist so ähnlich. Das ist im Grunde genommen auch das, klar, also das sind alles so Sachen, die können natürlich im gewissen Kontext, ich will es nicht sagen, dass ein Plus wohl nie kompliziert sein kann und ein Minus wohl bestimmt auch nicht. Aber wenn es jetzt auch wiederum gemeint ist, als halt die Fresse und kommuniziere deine Standards nicht so, oder du machst es kompliziert, weil du dich nicht weiter von mir missbrauchen lassen willst, dann wäre es natürlich extrem toxisch so. Ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Ja, das muss man eigentlich gar nicht übersetzen. Das heißt, ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Das heißt, wenn du eine Beziehung hast, wo du denkst, du möchtest deinen Partner drei-, viermal die Woche sehen und, wobei, das sind immer so Sachen, die man auch so denkt und wenn man dann wirklich das erste Mal im Leben emotional verfügbaren Partner hat, dann merkt man vielleicht auf einmal, ups, jetzt kommt ja mal eine Bildungsangst rein, aber das lassen wir mal aus und vor. Nehmen wir mal, du denkst das, du willst deinen Partner fünf Tage die Woche sehen und du hast aber jemand, der will noch eine ganz dünne Beziehung führen, wo man, weiß ich nicht, drei Wochen chattet und dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen und der dann sagt, ich kann dir nicht geben, was du brauchst, dann heißt das, ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Aber wenn das so ein Pity Play ist, also wenn du, wenn das sozusagen nur gesagt wird, damit du dann sagst, doch, doch, du bist ein ganz lieber und da so co-abhängig, das wäre da wiederum toxisch. Also auch vom Pluspol, das ist ja nicht nur der Minuspol, der so Quatsch macht manchmal. Das finde ich auch ganz schön. So bin ich nun mal, wenn du damit nicht klarkommst, musst du dir einen anderen Mann suchen. Ja, das, da muss ich wirklich sagen, das finde ich die Stärke im Minuspol, muss ich wirklich sagen, weil die haben häufig viel weniger Probleme mit ihren Standards. Die sind auch, Minuspol ist man ja auch nicht so liebessüchtig zu einer Person. Ja gut, man ist liebessüchtig zu ganz vielen Personen und chattet unter Umständen mit zehn gleichzeitig, aber lassen wir das mal außen vor. Das ist die Stärke im Minuspol tatsächlich. Also die haben häufig so Überstandards, das ist natürlich wieder zu viel. Das ist ja alles, Extreme ziehen sich an. Kennt ihr ja, Plus5, Minus5 Skala in dem kostenlosen Artikel, da haben wir auf liebeschiffung.de, könnt ihr das alles sehen. Da sind auch diese Skalas da drin und so. Naja, also Extreme ziehen sich an und ja, das ist eigentlich eine gute Sache vom Minuspol, dass der einfach ein klaren Standard setzt und sagt, ja, sorry, ich bin nicht bereit, jetzt deinen Ansprüchen zu genügen, da musst du jemand anders suchen und das ist eigentlich, das sollten Plus5 auch viel öfter sagen, so war es meiner Ansicht nach, sollten sie lernen zu sagen, oh, ich muss, glaube ich, jemand anders suchen. Das passt einfach nicht, wir sind einfach nicht kompatibel. Ich habe auch noch andere Verpflichtungen und dadurch habe ich kaum Zeit für mich selbst. Okay, das heißt übersetzt meistens, ich möchte auf gar keinen Fall mehr Zeit mit dir verbringen, du sollst gefälligst, ich vertreibst noch mal ein bisschen, du sollst gefälligst für die Lebenleistung von Beziehungen zuständig sein, Sex und Aufmerksamkeit, alles andere, weiß ich nicht, hole ich mir woanders, interessiert mich nicht und das ist ja häufig bei Menschen im Minuspol oder die stark bindungsängstig sind, ich habe keine Zeit, also immer, immer wenn ein Date kommt, dann ja, mein Hund hat gerade Flöhe oder mein Hund hat, weiß ich nicht, Mittelohrentzündung oder keine Ahnung, also immer kommt irgendwas dazwischen, weil es, ja, wenn man vielleicht nur eine Lücke füllen soll für den anderen, so, ne, man soll vielleicht nur eine Lücke füllen, wenn der gerade nichts, wenn Date 1 bis 7 gerade nicht verfügbar sind, dann Date 8 bis so und ja, das heißt eigentlich übersetzt, du bist keine Priorität für mich und das ist ja immer ein bisschen problematisch, ne. Ich möchte nur, dass du glücklich bist. Ach ja, also doch. Ja, es ist auch wieder eigentlich ein guter Satz und ist die Frage, das ist ja immer so Problem, wenn sowas, also ich habe ja wirklich ein Problem mit Sprache oft, also wenn das so gemeint wäre, dann wäre es ja richtig 5D-mäßig, ne, also, weil dann würde man ja sagen, so, Hauptsache du bist glücklich, selbst ohne mich, mit mir, ähm, so, also, das, also es könnte ja fast ein Pluspol sagen, so ein überempathischer, Hauptsache du bist glücklich, ähm, also weil die, ich vermute mal, dass jetzt gemeint ist, was ist, wenn ein Minuspol das sagt, also das, ich will jetzt dem jetzt, jemand, der, das sind ja auch nur Rollen im Minuspol, so, ne, also ihr müsst, ihr müsst immer bedenken, ihr könnt die Rollen auch wechseln, das ist nicht so fest, ähm, festgetackert, ähm, aber eigentlich, das ist ja ein großartiger Satz, weil wenn man den nicht meint, wenn das heißt, ich finde nur, dass du glücklich bist und gleichzeitig, äh, drücke ich dir völlig unempathisch 27, äh, gemeine Sachen rein und, und verletzt dich und ich weiß nicht was, ähm, ja, dann ist Käse, ne. Ein Teil von mir wird dich immer lieben. Ja, das hört sich so ein bisschen, ich weiß ja nicht, äh, die Situation, das hört sich an nach so einem Hoover, also dieses, äh, man ist schon getrennt und, ähm, hat sich mühsam rausgequält, das war eine toxische Beziehung, der andere kommt dann wieder an und will dann wieder zurück haben, damit, äh, einen weiter durch die Wurst drehen kann, ähm, und, äh, ja, das ist auch so dieses, wie soll man sagen, man nutzt im Grunde genommen Zitate aus diesen ganzen romantischen Filmen, äh, ja, also wie gesagt, das ist wieder so ein Satz. Sie sind eigentlich heute fast alle ein bisschen ähnlich, äh, die stimmen ja auf eine Art, also sicherlich liebt man mit einem Teil von sich, liebt man sicherlich auch Partner, mit dem man schlagen, nichts mehr zu tun hat und wir dürfen uns ja auch alle lieben, ne, da ist ja überhaupt nichts falsch dran. Aber es hört sich für mich so ein bisschen an wie, ja, ich möchte dich gern mit richtig schönen Obergesülze, möchte ich dich gern wieder zurückholen, so hat sich das für mich jetzt an in diesem Kontext hier. Äh, und ja, also dann, vielleicht sollte man mal, das wieder so ein, so eine Verballhornung von Sprache dann, äh, wieso hat das denn bisher nicht geklappt, ne, wenn man so liebevoll ist, wieso ist die Beziehung überhaupt auseinandergegangen, ne, das wäre dann die Frage, ne. Du bist die erste Frau, die ich heiraten wollte. Och, ja, ja, das ist so richtig, äh, Gessler, die missklappt. Also ich würde es nicht ausschließen, wenn man so einer richtigen toxischen Verliebtheit ist, aber wenn du, oder wenn jemand 20 ist oder, äh, keine Ahnung, aber wenn jemand, sag ich mal, über 30, über 40 ist und sicherlich dieses Muster ja nicht plötzlich verändert hat, also halte ich es für höchst fragwürdig, dass sowas nicht schon mal gesagt worden ist, aber, mein Gott, vielleicht sollte man mit einem, äh, nachsichtigen Auge drauf gucken, dass einfach, diese Sachen einfach nicht so ernst nehmen, oder so, und, ja, und wenn das, ähm, wenn ihr, ähm, wenn ihr, also man kann das immer ganz leicht rauskriegen, indem man einfach es ernst nimmt, so ein Spruch, ne, dass man sagt, ja, prima, komm, hier, lass uns Aufgebot bestellen, äh, und, äh, ach, Aufgebot gibt's ja nicht mehr, aber lass uns machen, äh, alles klar, wo ist das Terminbuch, dann sieht man ja, ob es wirklich nur Quatsch ist, oder ob es wirklich ernst gemeint ist, ne, ja. Der Letzte, müssen wir alles tot analysieren. Ja, das ist so ein richtiger, klassischer Bildungsängstler-Spruch, ne, weil Bildungsängstler wollen ja nicht reden über die Beziehung. Warum? Weil, reden über die Beziehung erzeugt Nähe und das soll ja vermieden werden, ne, während wiederum der Pluspol, müssen wir auch mal sagen, äh, ist tatsächlich ein Überanalysierer, also Pluspol neigen dazu, ich sag jetzt mal so, ein bisschen flapsig, jeden Furz muss analysiert werden, also insofern ist auch was Wahres dran, aber so in diesem Kontext, wie es wahrscheinlich gemeint ist, heißt es, äh, tatsächlich, ähm, ja, ich hab keinen Bock über unsere Beziehung zu reden, weil ich, wie hier schon, nur die netten Sachen mitnehmen möchte, und ich möchte auf gar keinen Fall irgendein Terz haben, dann bin ich sofort wieder weg. Auch hier kann man wieder sehen, wie Minus und Pluspol sich, ähm, zwei Seiten des Extrems bilden, weil das ist ja an sich in Ordnung, zu sagen, ich hätte gerne eine Beziehung so und so, selbst wenn jemand jetzt sagt, ich möchte eine Beziehung haben, äh, wo überhaupt nicht über die Beziehung geredet wird, nur, da muss man halt akzeptieren, dass man wahrscheinlich, äh, nur so kurze Techtels hat und es dann nach drei Monaten auseinander geht und das ist wiederum die Fantasie, in der der Bindungsängste häufig ist, dass er tatsächlich Beziehung möchte, nur er möchte nicht daran arbeiten, er möchte diese Nähe nicht aushalten, weil es ihm wieder, weil das irgendwelche, keine Ahnung, Ängste, Traumata, sonst was hochholt, ähm, da muss man ganz klar sagen, äh, ja, sorry, wie sollen wir eine Beziehung haben, wenn wir nicht über Kram reden, natürlich kann man drüber reden, jetzt muss man, äh, hier, muss man drüber reden, du hast, äh, kein, was weiß ich, du hast kein Herz-Smiley hinter deinem WhatsApp gemacht, ne, muss man wahrscheinlich nicht, das Problem ist aber, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, dass, also auch, selbst wenn man nur so ein bisschen pluspolig ist, drückt an so eine toxische Beziehung komplett im Pluspol rein und dann fängt man über solche Sachen auch zu meckern, was man in einer sicheren Beziehung nie machen würde, einfach, weil man, weil sich alles glitschig, unsicher, unssafe anfühlt, also es ist im Grunde genommen, man muss jetzt auch nicht immer den Bösen suchen, man kann auch einfach sagen, äh, es passt einfach nicht und jeder sollte an seinen Themen arbeiten. Okay, ihr Lieben, äh, vielleicht sehen wir uns, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich das hochlade, ich hoffe noch, wenn ich die Kraft aufbringe, äh, äh, dann, ähm, noch vor Silvester und, genau, wir beide müssen jetzt erst mal wieder über Essen reden, stundenlang, das war den ganzen Tag immer. Vielleicht können wir ja hier einfach am Schnee lecken, guck mal. Genau, wir stellen uns vor, das ist Puderzucker, Alter, das ist ja. Das ist das Eis aus der Fußgängerzone, hier im Sommer. Oh Mann. Hunger. Wir werden es mal wiedersehen. Tschö. Oh. Vielen Dank.